Das Ausleben und Erleben der Weihnachtszeit hat sich bei mir über die letzten zwei Jahre stark geändert. Zu der Zeit sind wir meistens in Florida und die Amerikaner haben dort einen kleinen Touch, ein bisschen zu viel zu schmücken, beziehungsweise leben wir dann die Weihnachtszeit etwas weniger harmonisch und zwar meistens den Advent am Strand bei einer Pizza oder ähnlichen. Untertitelung des ZDF, 2020